Wir haben ein Problem. Hört ihr das? Die Ohre spielt von allein. Jetzt nicht mehr. Doch, bisschen mehr. Irgendwas klemmt. Und das suchen wir jetzt. Dann klettern wir mal in die Orgel und schauen, was wir so finden. So, ein paar Kommentare gab es schon. Wie sieht die Orgel aus von innen? Kommt mal mit. So sieht die Orgel aus von innen. Dann fangen wir mal an. Hier, in diesem Kasten hier, man sieht es nicht wirklich von hier, man muss ein bisschen näher kommen. Hier sind, guck mal, von hier oben, von hier oben, hier sind große Wind-Réservoiren, die speichern den Wind, also Luftdruck hier. Siehst du? Das ist alles so voll mit Luft und Wind. Und das geht alles hier oben hin. Also hier sieht man die ganzen elektronischen Teilen. Das sind die Magnetventile sozusagen. Die steuert man dann natürlich von den Tasten am Spieltisch. Und damit ziehen wir die Ventile nach unten. Und wenn die Register eingeschaltet sind, kommt der Wind zur Pfeife. Aber wie ihr hört, da spielt eine Pfeife von ganz allein. Und die müssen wir jetzt finden. So, jetzt klemmt man. Organisten müssen dünner werden. Also meine Frau passt einfach so hier rein. Ich leider nicht. So, hört mal hier hin. Guckt mal irgendwo hier in dieser Nähe. Einer von diesen Pfeifen klemmt. Und das müssen wir finden. Und das heißt hier, hier sind die Ventile. Und hier. Merkt ihr? Das heißt unter dieser Pfeife, die wir jetzt gleich suchen, geht die Luft nicht weg. Entweder ist ein bisschen Dreck da drin oder was klemmt. Und das müssen wir jetzt finden. Hier ist die Pfeife. Die klemmt. Die einfachste Lösung ist so. Wir nehmen die Pfeife raus und jetzt kann sie nicht mehr spielen. Aber jetzt spielt sie gar nicht mehr. Aber vielleicht kann ich da reingucken, was da überhaupt los ist. Jetzt wird es aber gefährlich. So. Ich habe da reingeschaut. Leider sieht man gar nichts. Aber ich befürchte, da ist ein bisschen Staub unter dem Ventil und dann schließt er nicht richtig. Das heißt, er bleibt immer ein bisschen offen. Und leider bleibt immer Luft drin. Ne? Das Problem ist, und man sieht von oben, da ist relativ viel Staub. Das Problem ist, das muss hier alles aus dem Weg und ihr seht, ich bin zwar dick, aber da ist null Platz zum Arbeiten. Da komme ich gar nicht ran. Eigentlich muss ich hier vorne hin und gucken, was da los ist. Aber es ist sehr eng hier und diese Pfeifen um mich herum darf ich natürlich nicht berühren. Erstens werden die dadurch verstimmt und dann klingt die Orgel ganz bescheuert oder noch schlimmer, wie man sieht hier, hier ist eine Pfeife, die ist ein bisschen krumm geworden. Also jemand anders war hier und hat das hier ein bisschen demoliert. Wo ich die Pfeife in der Hand habe, da kann ich ein bisschen zeigen, was los ist. Sollte man nicht unbedingt machen, das ist Blei, aber egal. Ich werde nicht davon sterben. Das sollte natürlich ganz gerade sein, wie bei dem hier. Das ist leider nicht der Fall. Aber was ich zeigen wollte, ist hier, komm mal ein bisschen näher, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Die Pfeife an sich ist nur dieses Teil hier. Hier kommt die Luft von unten rein und hier, es sieht ein bisschen aus wie eine Blockflöte oder eine Querflöte. Da ist so eine kleine Lippe, könnte man fast sagen. Hier, die Luft kommt dagegen, wie man, wenn man zum Beispiel auf eine Pfeife, äh, Pfeife, auf eine Flasche, ne, eine Flasche zum Pfeifen bringen kann. Das ist genau das Gleiche. Man bläst darüber, hier ist die Lippe, es passiert ein bisschen was. Und diese Pfeife ist eigentlich nur so lang. Also das Teil, was spricht, was sinkt. Das hier ist nur, weil die Luft, die an die Pfeife kommen muss, kommt von unten und muss bis dahin. also so viel Pfeife kannst du haben, aber nur so viel spricht. So ist das. Unsere Übeltäter hier, man sieht es jetzt hier ein bisschen deutlicher hier, also der fängt an hier zu sprechen und das hier ist nur ein bisschen Gleifuß sozusagen, damit es, ähm, damit es da hier stabil stehen kann. Da steht sogar Oktav, das ist das Register, kann man das lesen? Ich weiß es nicht. Oktav und dann die Pfeife, das ist ein D. Da steht sogar nur kleines D, damit man weiß, welches Register das ist und welche Pfeife es ist. Hm, aber das hilft uns jetzt nicht. Ich muss leider die Pfeife einfach da lose stehen lassen und jetzt eine andere Lösung suchen, um das zu reparieren. Heute geht es wahrscheinlich nicht. Vielleicht muss man sogar den Orgelbauer anrufen und er muss es machen. Werden wir sehen. So, ich nutze die Möglichkeit, wenn ich eh hier drin bin, euch ein bisschen was zu zeigen, was hier los ist. Also hier, denn man sieht da, hier ist ein Register und das sind immer so zwei Pfeifen nebeneinander, um ein bisschen Platz zu sparen und hier sind die nächsten, die sehen ganz anders aus. Die haben so kleine Hüte drauf, hier ist eine kleine Hüte mit einer kleinen, mit einem Kamin sozusagen. Nochmal, hier noch andere Pfeifen, die haben eine ganz komische Form. Seht ihr, die sind so ein bisschen, ich hole mal einen größeren raus, also ab hier, wo der Pfeife spricht, geht es dann zu, bis nach oben. Und da steht Waldflöte, das klären wir gleich. und das, eins, zwei, drei, vier, das sind verschiedene Register und dann hier, auf diesen letzten Teil, man sieht, das ist pro Holzbalke, ist ein Register. Eins, zwei, drei, vier und jetzt fünf. Aber hier sind deutlich mehr Pfeifen pro Register. Und in einem anderen Video habe ich schon erklärt, dass das diese Mixtur ist. eine Mischung von verschiedenen Pfeifen in verschiedenen Höhen, die gleichzeitig spielen. Und hier seht ihr, das sind eins, zwei, drei, vier Pfeifen, die gleichzeitig spielen. Man sieht natürlich auch von der Größe der Pfeifen, die sind in verschiedenen Register oder in verschiedenen Höhen. Diese Pfeife ist doppelt so lang wie diese Pfeife zum Beispiel und diese hier ist doppelt so lang wie diese hier. Das sind vier verschiedene Pfeifen, die gleichzeitig spielen. Wenn das ein C wäre, wäre das ein C, ein G, nochmal ein C und nochmal ein G. Das war sehr eng in der Orgel. Ich muss abnehmen. Es ist sehr kalt in der Kirche. Vielleicht ein bisschen heiße Musik zum Schluss und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.